Sieht aus, als müsstest du mal aufräumen. Und am besten schon gestern. Zum Glück löst Klebeband alle kleinen Probleme des Lebens. Endlich beseitigt auf dem Boden wälzen die Sauerei, anstatt sie zu verursachen. Und wenn du denkst, dass das schon Spaß macht, dann warte, bis du den Bonus am Ende siehst. Das Aufheben ist einfach, das Abmachen etwas schwieriger. Wenn ich so darüber nachdenke, ist das Abnehmen des Klebebands wohl der schwierigste Teil. Es geht doch nichts über einen leckeren Lutscher. Außer vielleicht einer, der schon ausgepackt ist. Nö, ich glaube, die 5-Sekunden-Regel findet hier keine Anwendung. Gute Idee. Prüfen wir unsere Notfall-Ballon-Reserve. Ein toller Ort für Vorräte. Die Decke bietet so viel Platz. Beiß nur nicht in die harten Süßigkeiten. Nicht mit dem Essen spielen. Viel besser, lass uns was zum Spielen machen. Zeichne, was immer du willst, mit trockenen Filzstiften. Gib nun Wasser hinzu. Schau nur, wie sich alles löst. Schnell, steck deinen Kopf rein! Das geht schneller als jedes Tattoo. Und das ganz ohne lästige Nadeln. Dieser Typ liebt Ballons, aber seine Gefühle werden nicht erwidert. Zum Glück hat Mama genau die richtige Hilfe. Oh, es gibt mehrere Teile. Einfach mal ordentlich pumpen. Setz es frei und dein Auto fährt mit Luft. Und es macht das Zubinden von Ballons zu einem Kinderspiel. Oder fällt euch vielleicht irgendein anderes luftiges Wortspiel ein? All diese Luftballons und er spielt mit Müll. Genau wie eine Katze. Tja, des einen Müll ist des anderen Schatz. Schau an, er hat sich einen Freund gemacht. Er kann sogar seine Fähigkeiten im Luftballon-Blasen üben. Und genau deshalb sollte man nicht mit Müll spielen. Ach, es ist doch immer schön, wenn dir ein Freund zur Hand geht. Gute Hygiene ist immer wichtig. Aber es gibt auch sowas wie zu viel Seife. Eigentlich hat er echt Glück gehabt. Er hätte auf den Zug fallen können. Aber wenn er schon mal da ist, können wir ihn auch gut gebrauchen. Füll es mit Seife, lass es trocknen und schon hast du blockförmige Seifen. Nur sind Seifenstücke normalerweise nicht so weich. Ich frage mich, wonach er sucht. Äpfel können lecker sein. Ja, her mit dem verarbeiteten Zeug. Dieser Greifer sollte helfen, viel sicherer als hochzuklettern. Toller Fang, ein Schokoriegel. Noch besser, es regnet Süßigkeiten. Glaubst du, es gibt so etwas wie zu viele Süßigkeiten? Ich auch nicht. Schau, ein Welpe. Meinst du, er braucht ein gutes Zuhause? Komm schon, wie kannst du zu diesem Gesicht Nein sagen? Ähm, machen wir einfach unser Ding und nehmen ihn mit rein. Unser neuer Welpe braucht ein paar Dinge, um sich zu Hause zu fühlen. Diese Matten sind eine tolle Festung. Vielleicht gefällt es ja auch dem Hund. Als ob sie zu diesem Gesicht Nein sagen könnte. Diesmal spreche ich vom Hund. Ähm, vielleicht sollten wir ihm etwas Privatsphäre geben? Ach, hier ist Nemo also. Alle haben schon nach dir gesucht. Er sieht nicht gerade glücklich aus. Aber welcher Fisch ohne Wasser würde das? Viel besser. Obwohl ich nicht weiß, warum du schon ein gefülltes Aquarium hattest. Sieht cool aus. Aber wen interessiert das schon? Wir haben Luftpolsterfolie. Oh oh, Farbe. Aber wir können diesen Unfall in Inspiration verwandeln. Mit all diesen Regenbogenfarben sieht es aus wie ein Pop-It-Spielzeug. Sieht aus, als hätte schon jemand anderes diese Idee gehabt. Nur viel, viel größer. Vergewissere dich nur immer, dass die Farbe trocken ist. Hat sie ihm das erlaubt oder ist ihr inzwischen einfach alles egal? Oder sie hat einfach eine tolle neue Idee. Eine Pizza-Kartonstachelei. Jetzt kann er seine künstlerischen Fähigkeiten gut einsetzen. Warte, bis du siehst, was er mit einem Pinsel machen kann. Scheint, als wäre er auch in der Küche ein abstrakter Künstler. Und wieder einmal rettet das Basteln und den Tag. Das sollte helfen, die Dinge zu organisieren. Und das Klebeband hält es sauber. Du musst nicht einmal lesen können, um es zu benutzen. Aber es hilft. Er scheint was im Schilde zu führen. Und das Einhorn ist sein Komplize. Ah, verstehe. Das ist die perfekte Art und Weise, sein Spielzeug zu organisieren. Und sein Talent im Nachzeichnen zu schulen. Komm schon, das ist doch kein Grund zum Weinen. Wie am Anfang versprochen, kommen wir nun zur Bonus-Folge. Juhu! Zeit, deine Haare zu waschen. Oder besser, Zeit, einen Klempner zu rufen. Und vielleicht auch einen guten Masseur. Heute ist einfach nicht ihr Tag. Hoffen wir, dass dieser Typ mehr Glück hat. Wohl eher nichts. Ob er eine Idee hat? Dieses Reinigungsmittel sollte helfen. Hat jemand Lust auf ein Soft-Eis? Na, wenigstens ist der Duschkopf jetzt viel sauberer. Äh, ein Problem nach dem anderen. Make-up mit Make-up abdecken. Genau wie eine Prinzessin. Hm, verteilt sich nicht gerade gut. Vielleicht könnte ein Gadget helfen. Etwas Zitrus, etwas Wasser und einfrieren. Sobald sie fest ist, kannst du sie über dein Gesicht rollen. Und deine Haut verwöhnen. Hey, lass uns auch was Süßes übrig. Bis zum nächsten Mal.